Liebe Freunde, ich habe keine Stimme mehr zur Verfügung, aber das Herz schlägt doch für Sie. Es hat ein japanischer Historiker eine Biografie über mich geschrieben, in der zum Schluss kommt, man versteht Ratzinger Pierce, wenn sich dann, wenn man weiß, dass er ein bayerischer Patriot ist, das sei die Summe meiner Existenz. Naja, kannst du es vielleicht auch nicht, aber jedenfalls freue ich mich, dass wir beieinander sind. Für Kölzger sage ich einfach, Gottes Segen Ihnen allen. In der 90er hat er mir den Riebegott geschenkt, da war nach Prüfungen in den Spädenzeiten, aber in allem hat er mich immer wieder weitergeführt, herausgeholt, sodass ich weitergehen konnte und von Dank erfüllt bin. Vor allem dafür auch, dass er mir eine so schöne Heimat geschenkt hat, wie sie jetzt durch euch da ist bei mir. Bayern ist schön von der Schöpfung her, aber so ganz schön doch erst auch, dadurch, dass die Kirchtürme da sind, die Häuser mit den Balkonen, mit Blumen, die Menschen, die gut sind. Es ist schön, dadurch, dass man um Gott weiß und weiß, dass er die Welt geschaffen hat und dass sie recht ist, wenn wir sie mit ihm gestalten. So danke ich euch herzlich für diese Gegenwart Bayerns, die mir vermittelt, eines Bayern, das weltoffen, lebendig, fröhlich ist, aber doch eben es deswegen sein kann, weil es im Glauben eine Wurzeln festen Grund hat. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.